Ja, wir sind auf Omikron gelandet und es geht los. Ja, aber die kann ich alleine nicht abschießen. Weil irgendjemand hat die falsche Munition produziert. Arschpacken. I want to find a Space-Dron, when is my little Space-Dron? Jetzt fängt er schon an zu singen, nein! Oh, jetzt Asteroid. Scheiße, 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 scheiße. Ja, aber was ist denn das da links? Was ist das da rechts? Space Carrier. Ja, und er hat auch Space-Dronen. Aber Space Carrier hat doch Bewaffnung, oder? Sag mal, gibt's hier überhaupt noch was? Ja, außen sind noch die Lampen und alle drinnen. Nicht? Ja, hier drinnen ist auch noch eins gewesen. Ja, das war doch bei dir. Wahrscheinlich der Astic. Also hier so raus, mit Kot. Was, die Toilette oder was? Mit Kot drin? Nein, hat die Dingsbums. Ja, du kommst da, äh, ach, wie war denn das? Ach, ich bin jetzt im Trading Outpost bin ich drin. Oh. Hihi. Da ist aber ein Code. Bitte? Wir müssen nur da reingekommen. Der Code, der stand irgendwo, oder ich hab mal alle möglichen Codes durchprobiert und irgendwo stand 1506. Aber jetzt bin ich natürlich hier und ziemlich am Eimer. Also. Warum? Weil er mich hier mitten im Orbit bei minus 200 Grad rausgesetzt hat. Im Orbit von Trading Outpost. Maintenance Tunnels, Access Group, 4, 3, 9. Ne, nicht ganz vor der Türe, so von wegen. Ich bin jetzt, äh, ich sag mal, zwei Sprünge von euch entfernt. Wenn du auf die, äh, Map guckst, ich weiß gar nicht, seht ihr dann das jetzt auch schon, was ich dann hier erforscht habe, weil wir in der Fraktion sind? Äh, Warte auf M, ne? Ja. Ne, ich seh nur Akua und ich seh Sihins. Okay. Ja, und von Akua ging's ja nach, äh, nach links hoch ging's ja Trading Outpost. Das war nur Space. Ah, ist da gar kein Trading Outpost mehr, oder was? Der Trading Outpost. Genau, der Trading Outpost. Und da bin ich jetzt gerade. Mitten im Orbit. Bitte? Räume aus. Nein, ich bin hier... Oh, ist da keine Station. Doch. Aber ne, 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 eine Administration ist hier. Genau, und von da aus kannst du... Ja, ne, jetzt Kühlschränke und so, ne? Von, von da aus kannst du jetzt noch in andere, ähm, Bereiche springen. Da gibt's irgendwo jetzt, äh, ein Level, wo du dann, ähm, oh, Munition. Wo du dann... Von hier aus kann ich jetzt zum Beispiel nach Ningues, nach, ins Astroidenfeld, oder nach Aestos springen. Genau. Aber in meinem Jetpack befindet sich so wenig Warp-Treibstoff. Nein, in der Trading Station gibt es Räume, wo du... Okay. Wo du... Wo du... Wo du... Wo du in den letzten Sektoren springen kannst. Genau. Okay, dann guck ich mal. New Hexes-Code to Bank, responsiviert in your room 0586. Okay. Admin Room 7444. My Room 4... Das nicht. Ne, ne. Weiß nicht mehr, wo ich den gelesen hatte. Reparaturstation... Reparaturstation... Wie viele Reparaturstationen sind, sind... Access-Code from room 1, 2, 3 und 6, es bringt change to 2, 2, 3, 2. Okay. Ist ja interessant hier, was hier alles so gemacht wird. Naja, aber so ein Teleporter, der dich einfach irgendwo in der Mitte rausschmeißt, ne. Das heißt immer, sie haben, äh, ihre Zielkoordinaten, also die Zielnamen für die, für die Blöcke und die, äh, Stationen. Da ist ein Fehler drin. Hm. Wer hat denn hier den Garten abgeerntet? Wir haben nur gesagt, wir lassen den Garten stehen, weil da kein Lampenlicht ist. Hä? Welchen Garten? Ja, hier ist doch ein Garten. Und hier sind komischerweise alle, alles abgeerntet. Ja, hab ich eben. Wir hatten gesagt, wir lassen... Wir hatten aber schon Bescheid sagen, ne? Habe ich gesagt? Ja? Ja. War ich da anwesend? Ja. Ne. So, Training Outpost. So, jetzt meinst du, hier gibt's hier Teleporter zu den benachbarten Sektoren? Genau. Na, wie immer, bin ich ja mal gespannt. So, aber grundsätzlich haben wir hier alles, äh, abgesucht. Oh, wir sind... Oh, wir sind... Steroiden gibt's hier reichlich. Warum geben die das denn hier nicht frei? Das ist ja auch doof. Das ist aber süß gemacht hier. Das ist ja mal knuffig. Ähm, ich glaube, wir kriegen Besuch draußen. Okay, da solltet ihr euch drum kümmern, weil das könnte sonst unangenehm werden. Ich hab aber keine Muni mehr. Ja, dann müsst ihr zusehen, dass er da wegkommt. Äh... Roma, wie sieht's aus bei dir? Hast du noch Muni? Kann ich dir jetzt auch nicht so... Kann sein, ja. Weil draußen ist... Oh ja, tatsächlich. Es gibt hier einen Teleporter nach Ningo ist, nach Omikron, nach Masporon und nach Akkua. Ja, hab ich dir doch gerade gesagt. Mal gehen nach Akkua. Akkua? Nein, nach Omikron mein' ich. Oder ist das immer noch das Schiff? Ja, ist immer noch das Schiff. Aber gut, wir können ja schon mal Richtung Heimatplanet fliegen. Genau, dann müsst ihr mich im Zweifelsfall ja sowieso... Ach, naja, der ist... Ja, du kannst doch von der Trading... Ja, du kannst doch Trading Station spawnen. Äh... Moment, Teleporter is not active. T Omikron... Oh, es gibt echt noch viel zu tun, Leute. So. Bin mal gespannt, wo ich gleich auf Omikron lande. So. Ich bin an der Trading Station in Omikron. So. Warte, dann hol ich dich da noch ab. Da kannst du doch von da nach zum Planeten runter, oder nicht? Ja. Bestätigen. Äh, achso, ich bin... Jaja, doch, stimmt. Ach, da muss ich an den ganzen Dingern hier vorbei. Was ist hier jetzt CV-Space? Achso, nee, genau. Ja, ich kann... Nee, ich kann ja an den... Was? Willst du durchlaufen durch die ganzen... Teleport nach Omikron. Ich guck mal. Ich hab mal ein Motorrad dabei. Ich bin jetzt aber schon gleich, äh... Ja, wenn du gleich da bist, dann kannst du mich auch einsammeln, aber... Und ich hab Nachtsicht. Juhu. Juhu. Ich noch nicht. Ja, nee, äh... Hier auf dem Planeten können wir dich ja freuen. Okay. Ich bin bei... Ich bin nicht auf dem Planeten. Äh, sind ein paar Minigand Drohnen und... Small Outpost, das wäre noch ein echter Bringer, ne? Oh, ich hab gar keine Muni mehr. Ja, ich bin ein Flieger, ja. Also du bist nicht bei TS Omikron, ne? 650 Munizieren hab ich noch. Also... Ich bin jetzt hier bei TS Omikron. Ich seh dich ja doch schon. Halt! Äh, rechts, 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 rechts. Ja. Ich komm zu dir. Ja. Schnell, schnell, schnell. Ja, komm schon, komm schon. Ja, sitze. Weil ich... Ich hab nix, äh... Ich hab nix. Ach, dann sag doch was du. Deswegen dann hätte ich dir mit meiner Waffe platt gemacht. Okay. Ist doch viel zweig, oder was? Also da ist noch die Excavation Zeit. Genau, aber... Also rechts hier, diese Outpost... Der ist eigentlich echt hübsch. Den sollten wir uns gönnen. Ja, wir sind aber sehr nah an den Dingern dran. Nein, da ist ja Excavation Zeit noch dazwischen. Ja, die schießt bis... Die schießt bis dahin trotzdem. Was? Excavation Zeit, ich will... Äh, Olli. Ja? Hinter dir. Nicht Excavation Zeit, sondern Small Outpost. Wo ist denn Small Outpost? Da. Direkt, du bist gerade drüber. Okay, ich hab aber keine Munition, um uns zu verteidigen. Nein, das macht der Oma. Der Oma ist gerade abgeschossen worden. Einartigerweise, eh ein Schuss mit so einem Minigun. Ja, ich würd lieber nach Hause fliegen. Okay, dann flieg nach Hause. Huch. Wenn ich hier nochmal klarkomme, irgendwie. Weil... Nee, Oma, weißt du, was dich erledigt hat? Äh, die... Die Basis hat auf dich geschossen. Nee, nee, da war ich schon lange weg. Von der hab ich keinen Treffer gekriegt. Ja, die hat aber auf dich geschossen. Mit dem roten Püpfel da oben drauf. Nee, rot schon gleich auch nicht. Das war eher grün. Nein, die haben... Die Basis mit dem roten Püpfel hat das grüne Zeug auf dich geschossen. Achso. Jum. Wieso bin ich jetzt eigentlich nicht... In der Medi-Station hier spawnen. Weil TS-Omicron näher dran war. Nee, ich war im Wasser vor der Basis. Okay. Eieiei... Eieiei... Und wieder Heime. Wo haben wir den Reparaturblock? Den haben wir noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht. So, wir müssen jetzt mal das ganze Essen ausladen. Na, du siehst auch nicht mehr so schön aus, ne? Hast du jetzt eigentlich... Wo hast du denn das ganze Zeug von dir? Brauchst du mich jetzt? Ja. Kennst du, was Backpack heißt? Ja. Flieg mich mal hin da. Ja. Ich brauche aber erst Munition. Ich habe keine Munition. 15er. 100 Stück. So. Ach, hier ist noch ein Eintopf. So. Dann den ganzen Scheiß rein in die Konstruktionsdinge. Wir haben 61 Fluxspulen und ich habe auch nur vier Stromspulen. Das ist nicht viel, ne? Und so machen wir das. Und was machen wir wie? Die Large Minigand Drohne runterholen. Wo bist du denn? Ich bin bei der Station ausgestiegen, bei Small Outpost und bin da jetzt am Zusammensammeln. Und dann kam der Large Minigand Drohne an und die habe ich platt gemacht. Okay. Okay. Ich dachte mir, ich habe auch mal ein bisschen Spaß. Und hier gibt es so schöne viele Winkel. Okay. Okay. Homer, dann mal los. Sitze. Oh, die haben wir ihn. Das kann man ihn doch gar nicht auf sich sitzen lassen so früh. Ach, ich hätte hier viele Container. Weiter, 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 ich brauche noch Zugriff. Ah, hier. Munition. In die Munitionskiste. Nein, nicht in diese. In diese Munitionskiste. Zugriff. Okay. Jetzt hol mal das Backpack, ne? Jo. Die Herausforderung wird sein, dass euch da nicht die Basis abschießt, ne? Aber das kriegt er schon hin. Jo. Jo, ich dachte, Homer hat einen Reparaturblock. Irgendwo. Nein, das ist das Teil hier in Reparaturblock. Hab ich abgebaut. Ach, da in der Luft hängt's. Ach nee, das ist eine Drohne. So. Und raus. Raus, 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 raus. Komm, Homer, mach, 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 mach. Hilfe. Schneller, 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 schneller. Schneller. Ich kann nur aussteigen, wenn du dich nicht bewegt, ich sitze. Juhu, Stomachpilz. Ja, sag mal, traust du dich an die Minigun-Drohne an. Aber ich höre hier schon wirklich die Viecher gerade. Minigun-Drohne, hier 30 Meter. Sitze. Sehr schön. Ah, ja, hier ist ein Reparaturblocker, okay. So. Aber wir haben gar keinen zweiten Sitz, ne? Ach, hier ist so notwendig. Ja, lass mich doch mal raus, da kann ich mein Schiff da gucken, ob ich das hinkriege. Wo war denn dein Schiff? Rechts. Rechts, das weiße Schiff. Dir fehlt dein Cockpit. Ja. Rifle-Upgrade-Kit, okay. Soll ich dich jetzt hier lassen, Homer? Ähm. Wo ist mein Schiff jetzt? Ach, da. Hast du da noch Munition? Mein Schiff in der Fabrik ist fertig, Homer. Also ich könnte dich gleich mitnehmen. Ach, die haben mir den Gottstruktor auch weggeballert, die Säcke. Hast du noch irgendwo Munition drin, ne? Der baut schon wieder ab, das wollte ich wieder aufbauen, du Nase. Du hast doch da gar nichts mehr dran, denn dir fehlte doch alles. Die Kabine. Ja, du hast auch drei Kabinen bei, oder was? Du hast keinen Konstruktor dran, ne? Oh. Äh, Golem, 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 Golem. Golem ist doch egal. Golem ist cool. Kill den und loote ihn. Ja, bin ich ja dran, ne? Bloß nicht verkommen lassen. Heavy-Weapon-Upgrade-Kit. Ey, ich hab hier coole Dinge. So, willst du das jetzt hier noch wieder aufbauen? Äh, jetzt nicht mehr. Oma, willst du einsteigen? Oder die Waldfee? Oder kommt ihr jetzt gleich hier vor? Kannst du mal bewegen? Nein. Meine, jeder. Dieses eine Klemme immer. Ich höre noch irgendeinen rumgejaulen. So, willst du das jetzt abbauen, oder? Ja, doch fragt er nicht hundertmal. Ja, ich muss erst mal mein Multitool raus suchen. Okay. Reparieren. Oh, ich habe ja Giftbissen, sowas. Die Spinne hat sie gelootet, oder? Ja. Welche Frage. Okay. Ach nee, hier war da gar nicht der Kern. Aha. Bei dem Ding. Der Kern ist unten drunter, in der Mitte. Hm. In dem Mittelteil, oder in diesem... Nee, ich glaube, das hier ist ein... Huch. Warte, Moment. Ich muss mal gerade mich einmal der Minigun-Drohne wieder erwehren. Ach, das Minigun. Ach so, das macht ihr auch schon. Okay. So geht's auch. Level 12. Macht die Sache noch einfacher. Lootet ihr auch gleich? Natürlich. Oh, da ist die Rolle. Ach, wo häng ich denn jetzt wieder? Er ist tot. Ach, diesmal hat er nur sieben Crushed Stone. Wahrscheinlich, weil du auch so auf ihn rumgeballert hast. Was? So. Äh, der Kern ist, glaube ich, hier oben in dem Mittel... In diesem hohen Teil hier, wo man so hoch... Hochlaufen muss. Äh. Bist. Und dann oben drin. Leider wird nicht... Ja. Ja. Und jetzt sage ich... Ich mach den Kern weg, ne? Ja. Und du hast gesagt, du hast jetzt in deinem Schiff gleich, ne? Ja. In der einen Kiste habe ich alles Loot zusammengetragen beim Constructor. Ich versuche gerade noch meinen Cockpit zur Brille. Irgendwie ist das total beschädigt. Warum, wieso? Keine Ahnung. So, zerlegen. Habt ihr vorher den Sauerstoff rausgezogen? Die eine Kiste, die hier noch steht, die nicht abbauen, Homer. Nee, ich will gerade was reinpacken, aber die ist voll Ja, ja Warte, ich kann aber auch jetzt mein Schiff spawnen Dann können wir was da alles reinpacken Mein Schiff ist auch noch Ist hier alles schon gelootet? Ist das wahr? Was war das denn? Eine Spinne Wo denn? Hier im Turm, wo der gern war Hab ich eh einen Block aus der Wand rausgenommen Und hab er da unten gestanden Ja, stimmt So ein Ast Jetzt, Bruder So, ich hab eh keine Multiladung mehr Das heißt Homer, du fliehst dann beim Astig mit oder was? Ja, kann er machen Na ja Dann Dann bringe ich jetzt schon mal den ersten Loot hier nach Hause Ich bin eh voll Okay, Homer, dann steig mal hinten ein Und dann brauchen wir einen Reparaturblock ganz dringend Achso, den Reparaturblock habt ihr den hier abgebaut? Nee, der steht da noch Okay, dann baue ich den gerade noch mit ab Weil ich hatte eh keine Multiladung mehr Aber du warst ja ja angedockt Ja, wunderte mich gerade Ich war auch angedockt Also, unsere Position hier an diesem See scheint relativ sicher, ne? Ja, die ist ziemlich cool Wobei wir natürlich aber auch mit dem Wobei wir auch mit dem was? Auch mit dem eingebuddelten und da am Hang liegend ist es natürlich so, ne? Die Drohnen können uns wirklich nur von einer Seite erreichen Und müssen dann blöd anfliegen Oder wenn sie über den Hang kommen, dann haben sie ganz verloren Hm Wir haben ja noch keine Verteidigung drauf, ne? Ich hatte schon mal überlegt, ob ich noch zwei Kanonengeschütze baue Aber bis jetzt war es überhaupt nicht notwendig Achso, hast du auf uns gewartet? Ich? Womit? Nee, weil ich sehe hier irgendeinen Nee, das waren nur Das ist die Reste von Hommers NWO, kleines Raumschutz Das steht bei mir hier in der Luft Okay Ja, ich sehe es auch Ich bin aber hier im Dings Okay So, ich habe hier noch Blöcke Füße, Antriebe Eine Minigun Mittlere Rüstung Können wir mal hier rein tun Das könnten sie mal fixen, ey Das ist ein bisschen früher kommt Die Aktualisierung des Hier fällt es So Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der Razor Okay Der Razor in die Fabrik Dann kann ich ja schon mal anfangen zu sammeln Dann sehe ich mal zu, dass ich erstmal eine Reparatur Also erstmal muss ich den Genau Hier sind Cockpit und Munition Ich mache mal erstmal alles, dass ich den Constructor upgraden kann Und dann uns einen Reparaturblock bauen T1 Du könntest auch mal T2 basteln, machen Ja, ja So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz Ich bin ja jetzt in Level 12 Weapons Hätten die Herren gerne ein Zwei, drei Zwei Tee So Und dann Hätten wir noch gerne Und Marge ist ein Bergbau Kann ich auch bauen jetzt Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Bergbaukerne Also, okay Also ich kann T1 Könnte T1 bauen Schlimm, danke Jetzt ist er am Konstruktor Kannst du gleich das T2 rausnehmen Abladen, ne? Ja, abladen Beziehungsweise ich habe einen T2 Multitool Ja Das andere kannst du einfach in die Fabrik tun So Treibstofftank O2 Tank Redexstation Könne ich jetzt auch bauen zur Not Was wollte ich jetzt hier Da Wo ist er noch? Aus meiner T2 Also, das ist aber schon doof Dass du mit deinem Level 10 Nicht mal alles freischalten kannst, ne? Dass dir da die Punkte fehlen Naja Bei Powerpoint So, ich habe zwei Motorräder Warum habe ich denn zwei Motorräder? Ach, wegen Eins des Hummerseins, ne? Ja Nicht in der Frachtbox Da wird vorliegen bleiben Jetzt liegen da zwei So, jetzt kann ich hier erstmal abladen Den ganzen Krimskrams Ich habe schon Schrotmunition Nur keine Schrot Äh Nur keine Schrot Schrot, Schrot Weißt du was ich meine? Nein Schrotfilter Schrot, Schrot Ah, ich habe hier noch Chipsätze Warte mal, lassen wir mal kurz ran Okay Haben wir jetzt schon die T2's alle? Sag nicht, du hast hier schon T2 gebaut Und uns noch nicht Doch, ich habe da drei Stück gebaut Und drei Stück sind da drin Und jetzt gucken wir gerade nach was ganz anderem Wie das einer ist da drin Wieso? Wie viel brauchst du? Genau Oli Äh, Oma hat seinen schon Und äh Ich gehe mal kurz raus da aus dem Konstruktor Wieso? Du baust da jetzt erst die Auto meiner Kerne Wie kann denn Oma sein? Oma im Output einer drin Die habe ich als allererstes gebaut Du Held Wie im Output Achso Stimmt, die sind ja im Output drin Ah, am Meckern Wie so ein Ohrspatz Am Zetern ist er Ja, ja, heute hat es sein Akkassiv Was? Lass das mal an die Feinde aus Ist am Zetern Wie so ein Ohrspatz So verwegen Ich habe keine Keine Multiladung mehr Ich habe aber schon drei rein getan Zum Bauen So, warte mal Ich lade hier mal weiter Mein Krimskrams aus Ist der Konstruktor jetzt leer hier? Nee, der andere ist nicht leer Doch, ist er Ist er jetzt? Ach, warum ist er? Okay Weil da eh nichts passiert ist Das heißt, man kann sich das jetzt Da haben wir Munition hergestellt Nein, haben wir nicht Der war leer Da war kein nichts mehr drin Das heißt, wir sortieren jetzt erst wieder Ich bin doch der Sortierfritze Also dann sortiert euch Wenn ihr da Munition herstellen wollt Packt die Teile rein, die ihr da braucht Da waren sie doch Nee, waren sie nicht mehr Weil er leer war Also er hatte nur was im Output Und dann hat er ein Eisen Und keine Ahnung Also brauchen wir da jetzt Eisen Und Wir hatten das Input alles komplett leer gemacht Da vor allem im Input waren da War da Zeugs drin Nein, aber nicht viel Da war nicht viel drin Jetzt hatte ich es mal rüber geschmissen Um eine Ordnung drin zu haben Achso, okay Eine Ordnung Ja Ah, er hat Ordnung Jetzt ist nur die Frage Wir brauchen da was Eisen Magnesiumpulver Und was noch Eisen Magnesiumpulver Wir haben aber kein Magnesium Für die normale Munition reicht das erstmal Wir haben kein Magnesium Nein, wir müssen jetzt los Und die Autominer aufstellen Gut, aber Ihr stellt die Autominer auf Ich bin Ich gehe nach unten schnell Achso, willst du machen Alles klar Ähm, ja Dann bin ich erstmal weg Ah ja Weil es ist schon Halb zwei Ja Bis morgen Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht